Eifelzweck Realistik gegen den Kislinger, der jetzt aufschlägt an der Seite des nächstes Mark Jarosch. Video Nummer 2 und auch das wird nicht lange laufen, weil momentan gerade alle Akkus von mir platt machen und ich mit dem Nagel nicht mehr hinterher komme. Pascal Köhler an der Seite vom Jauster Matthias Danzer, einer der besten Nachricht in der Deutschlandzone. Karn Regionalmuster, mit glaube ich 15 Jahren. Also er ist einer der Spieler, wo natürlich die tieferen Fußballstein hat, dass die irgendwann mal in die Zweifel des Niedermannschafts-Karanz reinwachsen. Kommt aus einer. Kommt aus einer. Kommt aus einer.